Grenzenlos frei, das ist eigentlich der Wunsch tief im Herzen eines jeden Reisemobilisten. Diese Fahrzeuge machen das ein Stückchen möglicher. Offroad-Trucks mit tollen Features untenrum und natürlich angenehmem Wohnraum obendrauf. Allradantrieb, Bodenfreiheit, Solarstrom und Riesentanks für Wasser und Diesel machen Reisen auch abseits der Infrastruktur möglich. Grenzen setzt nur der irgendwann leere Kühlschrank. Zwischen 1.000 und 300.000 Euro etwa, mehr geht immer. Bei Volkner zum Beispiel. Was der Kunde will, ist einbaubar. Ausfahrbare RK vergrößern den Wohnraum, Annehmlichkeiten wie zu Hause gibt's natürlich auch. Spül- und Waschmaschine, ein Bad, Büro, alles drin. Eine bis eineinhalb Millionen Euro etwa, auch hier, je nach Ausstattung, kann's auch mal mehr werden. Spartanisch und leicht dagegen, dabei aber alles Nötige an Bord, der Kühlbar Teardrop. Ab 8.000 Euro käuflich zu erwerben, inklusive Campingküche, Schlafplätzchen und wieder einem Stückchen Freiheit. Deutlich kostspieliger und brandneu auf dem Caravansalon, der Loom Traveller. Auch ein Anhänger mit Außenküche im Heck, er punktet mit neuem Design und großem Panoramadach. Auch eine Zweiachsversion mit Nasszelle ist geplant, diese Freiheit mit freier Sicht nach oben, leider erst ab ca. 46.000 Euro. Immer schon hochpreisig, dafür beliebt wie kein zweiter, der VW California. Zum Jubiläum mit Sonderedition auf der Messe und deutlich größerem Bruder, dem Grand California. Auf der Neuentwicklung Crafter aufgebaut, kann er alles so gut wie der kleinere Bulli, aber eben auf mehr Raum verteilt. Auch eine Nasszelle passt rein, der Spaß geht los ab 55.000 Euro fürs kleine Basismodell. Für 10.000 Euro mehr, also etwa 65.000 Euro, gibt's schon bald diese Premiere, das Caravan Boat. In Neubrandenburg werden Rumpf, Aufbau und Hänger gefertigt, nördlich von Hamburg wird innen ausgebaut. Dann kann der Besitzer zu Lande und zu Wasser reisen. Ein deutliches Plus auf dem Weg zur grenzenlosen Freiheit, wie ein Reisemobilist im tiefsten Herzen so sehr sucht. Und dann gibt's noch was von früher. Nicht wirklich, aber eben Retro. Der Citroën Jumper Type H Wildcamp. Auf Pössl-Basis gibt's den Look-Umbau, für satte 27.000 Euro obendrauf. Ausgestattet wie dieses Modell landet der geneigte Käufer dann statt bei gut 41.000, am Ende bei 86.000 Euro. Für diese Freiheit muss man schon sehr nostalgisch sein.